2011 beauftragte die Deutsche Bahn AG Siemens Mobility mit dem Bau neuer Hochgeschwindigkeitszüge für den Einsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Triebzüge der BR 412 812 wurden gemeinsam von Siemens und Bombardier entwickelt und werden über sogenannte Powercars angetrieben. Die Zugkonfiguration sieht hierbei verschiedene modulare Einheiten von 5-teiligen bis zu 14-teiligen Zügen vor. Durch dieses Konzept kann der Zug problemlos an die individuellen Vorgaben der Verkehrsunternehmen angepasst werden. Die DB AG hat bisher 85 12 und 45 7-teilige Triebzüge bestellt. Der 7-teilige Triebzug besitzt drei angetriebene Wagen und bietet 456 Sitzplätze auf einer Länge von 200 Metern. Ein 12-teiliger Triebzug verfügt über sechs angetriebene Wagen und 830 Sitzplätze auf einer Länge von 346 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit des ICE 4 beträgt 250 Stundenkilometer. Seit Dezember 2017 werden die ersten Züge auf den Linien Hamburg-Würzburg, Stuttgart-München und Hamburg-Berlin-München eingesetzt. Mit dem ICE 4 der DB AG im exakten Maßstab 1 zu 87 erscheint das Modellbahn-Highlight des Jahres von Pico. Das Modell stellt dabei die erstmalige Realisierung des modernen Hochgeschwindigkeitszuges in der Spurgröße H0 dar. Das Pico-Expert-Modell des ICE 4 überzeugt wie gewohnt durch feinste Lackierung und Bedruckung mit stimmigen Farben und Beschriftungen der Deutschen Bahn AG. Die exakte Umsetzung der markanten Gehäuseform bis hin zu den perfekt durchgebildeten Drehgestellnachbildungen machen den ICE 4 zu einer echten Attraktion auf jeder Anlage. Besonders hervorzuheben sind der filigrane und detaillierte Dachgarten. Die abnehmbaren Frontkappen zum Koppeln zweier Triebzüge sowie die realistisch unterschiedliche Ausführung der einzelnen Wagen. Auch die Inneneinrichtung wurde bei dem Modell liebevoll umgesetzt. Neben der makellosen Optik glänzt der Pico ICE 4 mit zahlreichen technischen Highlights. Die beiden fünfpoligen Motoren im Motorwagen sorgen mit ihren Schwungmassen für ausgezeichnete Fahreigenschaften mit hohen Zugkräften. Die Stromabnahme erfolgt von allen Rädern der Endwagen. Der Triebzug verfügt in der analogen Gleichstromversion über eine spezielle Pin 20 Schnittstelle. Die Wechselstromversion ist bereits ab Werk mit einem MFX-fähigen Pico Smart Decoder 4.1 Pin 20 ausgestattet. Dieser Decoder wurde speziell für die Pico ICE 4 Triebzüge entwickelt, um den Anforderungen des neuen Hochgeschwindigkeitszuges voll zu entsprechen. Dadurch werden unter anderem keine weiteren Funktionsdecoder für den Lichtwechsel und Schleiferumschaltungen benötigt. Der Decoder besitzt eine Susi-Buchse, an der ein Pico Soundmodul sowie der passende Lautsprecher direkt angeschlossen werden können. Die beiden Soundversionen des Pico ICE 4 haben diese Bausteine bereits vorinstalliert. Viele locktypische Geräusche wie Fahrgeräusch, Tür, schaffender Pfiff sowie diverse Bahnhofsdurchsagen und weitere schaltbare Funktionen sind einzeln abrufbar. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an die Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Gleis 5, Einfahrt ICE 577. Vorsicht bei der Einfahrt. Die Sounds des Zuges wurden dabei am Vorbild aufgenommen und von der Pico Soundabteilung speziell abgemischt. Neben dem realistischen Sound begeistert das Pico Expert Modell mit zahlreichen attraktiven Beleuchtungsfunktionen. Das analoge Gleichstrom sowie das Wechselstrommodell ohne Sound sind ab Werk mit einer Innenbeleuchtung im Motorwagen ausgestattet. Als besonderes Highlight verfügen die beiden Soundversionen serienmäßig über eine komplette Innenbeleuchtung. Alle Modelle des Pico ICE 4 besitzen außerdem eine digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung sowie den obligatorischen, fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Mit dem ICE 4 offeriert Pico ein zeitgemäßes, feindetailliertes und betriebsfähiges Modell des neuen DBAG-Flaggschiffs zu einem hervorragenden Preis. Der Pico ICE 4 kann durch die konsequent umgesetzte Maßstäblichkeit des Zuges problemlos ab Radius R2 eingesetzt werden. Die Grundeinheiten können durch die ab Oktober angebotenen Wagensets sowie den zusätzlichen Einzelwagen ergänzt werden. Das Pico Expert Modell des Elektrotriebzuges ICE 4 ist ab September 2019 in folgenden Varianten im Fachhandel und im Pico Webshop erhältlich.